Willkommen zurück zu meinem Let's Play, der Binding of Isaac. Ich bin's mal wieder EuroBoom36 und wir machen nun mit meinem Run weiter. Ich bin mittlerweile wieder beim UltraGreed angekommen vom Creed-Modus und ich möchte wissen, ob einfach wieder die gleiche Cutscene kommt. Oh Mann, ey. Mist, ey. Egal. Ich will ja wieder keine Bomben machen, Mist. Egal. UltraGreed. UltraGreed. Das war's. Komm schon, komm schon, komm schon! Komm schon, komm schon! Komm schon, komm schon! Na komm, na komm! Hey, hab dich doch gleich, du blöder Sackdo! Ja, es sieht schon, auf der anderen Seite habe ich eine Pille, die ich gerade gar nicht einnehme. Ja? Könntest du bitte mal sterben gehen jetzt? Ja, ich habe mir da keine Münzen oder wie, na toll. Puh. Okay. So. Okay, hier kommt wohl immer dieselbe Cutscene. Yeah! Nicht. Das überspringen wir jetzt. Es müsste ja wieder Eden freigeschaltet sein, genau. Machen wir mal mit dem Eden den Creed-Modus. Mal sehen noch, wie weit wir mit ihm kommen. Da, da, da. Ein Herz. Na toll. Evil Up. Okay. 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 Wir werden wohl nicht weit kommen, schätze ich mal ganz stark. Oh je, das kann ja was werden. Nicht. Ja, das wird nix. Ja, das wird nix. Ja, das wusste ich irgendwie, dass ich da nicht weit kommen werde. Deswegen machen wir jetzt einen Challenge und wir machen jetzt einfach mal Head Trauma. Ne, Hike Braun machen wir mal. Mal schauen, was das ist. Was kann dieses Item? Keine Ahnung. Das sieht auf jeden Fall merkwürdig aus. Es ist ja mal irgendwann ein Challenge, die wir mal schaffen. Infested? Infested? Eine Bombe wäre nicht schlecht. Oh, eine Bombe habe ich sogar bekommen und sogar zwei Schlüssel. Komm. Und jetzt im Itemraum möchte ich eigentlich nicht. Jetzt gehen wir mal hier entlang und schauen, was da noch ist. Der Gegner. Na toll. Super, ey. Gut getroffen. Sonst muss ich mir schnell ein Herz holen. Herzchen. Hier. Ich hatte doch sieben Bomben gerade insgesamt. Das heißt, ich könnte jetzt hier einfach mal Bomben. Warte. Bumm. Eins. Zwei. Ich glaube nicht, dass es hier irgendwo einen Geheimgang gibt. Ich könnte es aber mal probieren. Und zwar hier. Oh. Tatsächlich gibt es auch Geheimgänger. Gut, das hat nicht wirklich was gebracht, aber macht nix. So, gegen ihn darf ich kämpfen. Gegen Monstrum. Langsam können wir ihn richtig gut eigentlich. Das ist mir sonst ich. Näh. Was bringt dieser Boden jetzt, dass er so komisch blau ist? Keine Ahnung. Mit dem Gegner ja auch deswegen nicht schaden, oder so. Tiersten Schuttspied ab. Okay. Dann hüpfen wir doch mal rein. Oh, wir haben da aber einige Levels anscheinend. Na toll. Ja, auskotzen. Kotz dich aus, mein Lieber. Hä? Warum ist ein Schuss jetzt stärker auf einmal? Ach, bringt es das etwa, dieses Item? Hilfe. Ah, nee, stopp. Das war ja, weil ich ja das bekommen habe, ne? Ich trottel. Machen wir mal bumm hier. Schauen wir mal, was in der Kiste drin ist. Münzen. Münzen. Das ist ja komische Sache hier. Ja, so langsam kriegt man gut Münzen zusammen. Na, komm. So, hier brauche ich zwei Schlüssel, sehe ich gerade. Ne. Lack ab. Okay. Äh, Jungle? Okay. Keine Ahnung. Uah. Ach so. Okay. Das war ein Hilfen, wer mitte schon mit der Daddy. Ist ja interessant. So, was soll man hier jetzt alles machen? Das ist cool, dass ich den Daddy als Helfer habe. Oh, wir haben immer die Werte ein bisschen runtergekriegt anscheinend. Na toll. Denk ist doch super. Egal. Hier möchte ich kurz Bomben. Okay. Wo sind wir denn schon wieder? Der Hermit. Larry Junior. Ah, okay. Und der Gegner ist schon gleich wieder tot. Was möchte denn der schon wieder von mir? Ne, der hat bloß Mist. Neun Lives, Reveis und ja. Ne, danke. Brauche ich nicht alles. Warte mal, lass mich mal ganz kurz dich den hier berühren. Ich komme nicht hin. Magst du mir nicht was geben? Danke. Judgement. Danke. Ja. So, dann stehe ich mal was anderes schnell. Der Moon. Das ist auch mal gar nicht so schlecht. Was ist jetzt? Strange. Strange. Okay. Gibt da noch nicht auch noch mehr, soweit ich weiß? Wheel of Future? Nee. Pure Sounds Chance? Nee. Nehmen wir einfach mal das Tier. Ah. Hier soll ein Secret Raum sein, angeblich. Laut Kater. Oh, cool. Tier anscheinend auch. Warte. Hier. Was ist hier drin? Schlüssel. Ich glaube, eh muss man immer so vier Schlüssel geben. Eins. Was bringen mir denn diese Boxen gerade? immer wieder gar nichts. Nee. Okay. Gut, dann lass es gut sein. Haben wir denn sonst noch irgendwo was Besonderes? Nein, eigentlich nicht. Höchstens halt hier unten, aber... Äh, nicht lecken. Nicht lecken. Nein, nein, nein. Aus. Aus. Danke. Skin up. Okay. Ja, sieht auch schon mal ganz gut aus. The Moon. Was haben wir sonst noch hier? Wheel of Future ist das hier? Diese komische... Was ist das? To the Moon? Nee, To the Moon möchte ich nicht. Wir nehmen das hier mit. Und tun uns doch schnell ein Herz. Die waren hier drin, soweit ich weiß. Richtig. So, jetzt möchte ich das nächste Level betreten. Ja, gut ausgerüstet. Oh, ein Challenge Raum. Na komm. Ja, gut ausgerüstet. Ups. So. Das haben wir auch schon mal geschafft. Bäh, Fledermäuse. Danke. So. Ja, wo bin ich denn schon wieder eigentlich? Da mag ich schon wieder Schlüssel haben. Nein, du kriegst keine von mir. So, Schlüssel. Hier ist nix. So, da sind wir jetzt schon wieder... Die bomben sich irgendwie selbst in die Luft. Cool. Au. Au. So, aber ich will jetzt echt mal interessieren, was in diesem Itemraum drin ist. Äh, nichts Besonderes. Was ist das hier eigentlich? Quicker Charger. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ey, cool. So, weiter geht's. Wieder ein Schlüssel. Oh, ein weiteres Herz für mich. Cool. Warte mal, wenn ich jetzt so viele Herzen habe, dann kann ich den... Oder Schlüssel habe, dann kann ich ihm doch mal was reingeben. Ja, nee. Nee. Sieht aus, wenn ich wahnsinnig wäre. Wir haben noch einen Raum noch gar nicht gesehen. Das ist dieser hier. Okay. Noch einen Schlüssel. Jetzt krieg ich hier einen Schlüssel nach einem anderen, oder was? So, so und so. Was ist da drin? Joker. Okay, dann halt nicht. So, den Joker benutze ich aber erst in der nächsten Runde. Oh, nee. Nicht Disdain. Na, deswegen mag ich ihn nicht. Komm, 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 komm. Gehe ich doch jetzt mal sterben. Ja. Ja. DMG und HP ab. Yay. So, wo sind wir jetzt? Yay, Blume! Baller den Kopf. Ja. Gut. Joker. Na toll. Ich würde hier etwas Besseres... Hilfe. Au. Haben wir es auf dem Joker ein bisschen mehr erhofft? Hey. 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 Ich brauche noch einen Schlüssel und ich habe keine mehr. So, ich habe gesehen, dass da ein Item rum ist. Das ist ein Geheimgang. Ein Schlüssel, cool. Das ist auch gut, das Item. Oh, fünf Bomben. Und noch ein Herz. Cool. Herzen brauche ich immer ganz, 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 ganz viele. Wir machen die Challenge übrigens an einem Stück, ne? So. Damit ihr wisst, warum ich noch nicht aufgehört habe mit dem Part. Worausgesetzt, ich schaffe sie. Ich glaube nicht, dass sie irgendwie so schwer wird, jetzt mit Daddys Hilfe. Noch einen Schlüssel, cool. Na, jetzt muss ich auch was, dass ich nicht mit Dacheln renne. Das Talent habe ich nämlich, falls ihr was wissen wollt. Au. Ach, Mensch. Was ist hier drin? Morphynchrom. Okay. Drei Münzen. Na toll. Warte mal. Bombe. Yay. Ich hätte mir noch mal ein Herz klauen können. Na, Hilfe. Was ist hier drin, in dem Raum? Spinnen. Ich hasse Spinnen, habe ich das schon mal erwähnt. Ja, nee, ist klar, da komme ich ja auch gerade super hin, aber ich brauche sowieso kein Herz. Na, komm, na, komm, na, komm, na, komm. Was ist hier drin? Okay, das habe ich jetzt auch. Warte mal. Hier ist, glaube ich, ein Geheimgang. Wo ist er denn dann, wenn er dann nicht dort ist? Okay. Nee, funktioniert nicht. Gut, dann halt nicht. Was haben wir hier noch? Weitere Spinnen. Mal weiß, da kann ich jetzt hier in der Ecke warten, bis man das alles kaputt macht. Oh Mann, das ist so fies. Yay, noch ein Herz. Das kann ich... Nein, das habe ich schon wieder verplempert. Toll. Jetzt nicht ein Glückwunsch, Bumm. So, was schafft man wieder neu? Egal. Dark One, okay. Isaac for Dark One. Ja, ich weiß. Komm schon, geht doch was. Oh Mist. Tschüss. Tears and shoot speed down. Nein, danke. Klubsch, klubsch. Oh, kein Klubbappi mehr. Oh, so. Wo sind wir denn jetzt schon wieder einmal? Oh, blöde Spinne. Oh, blöde Allergie. Entschuldigung. Also langsam müsste man es ja von mir genervt sein. Genervt? Boom, was du schon wieder sagst, macht gar keinen Sinn. Warte mal. So komme ich da auch nicht ran. Ich muss da, warte ich, hier rein. Boah, nein, ich hasse diese Spinne. Oh. Mist, ich habe jetzt noch eine Bombe. Oh, nee, jetzt reicht eine. Oh, 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 oh. Puh. Ich aber brauche einen Hertz anscheinend. Warte, wo habe ich das hier liegen gelassen? Hier. Oh yeah. So, okay. Was ist das jetzt schon wieder? Ach so, Challenge-Raum. Wie viele Cures. Bäh. Ich fassi til diese Gegner, wenn man die nicht sehen kann. Schlüssel! Wofür brauche ich die ganzen Schlüssel denn, Mann? Aber wie er ausschaut, ne? Unser Isaac. Nein! Hilfe, Hilfe, Hilfe. Nochmal ein Schlüssel, okay. Oh, komm. Eine Münze. Oh nein. Wo bin ich jetzt schon wieder? Sehr witzig, da komme ich ja gut ran. Nicht. Was haben wir hier drin? Schlüssel und Bombe. Ähm, wir haben sehr viele Schlüssel, aber... Ein Gegner nur noch. Yay! Ich finde es so cool, dass Dad mir hilft. Two of Diamonds. Two of Diamonds. Ja, ja, ist ja gut. Ich finde, der lässt ja ganz schön viel Geld. Geld, 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 Geld. So, wo sind wir denn schon wieder einmal? Es ist so verwirrend hier. Hilfe! Ich hätte gerne mehr Herzen. Nein, 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 nein. Geh, geh doch bloß weg. Beile dich, beile dich. Okay, Schlüssel habe ich jetzt auch. Bombe! Was sind wir hier? Oh. Erstmal auf damit. So, aber hier muss auch noch zum Geheimgang gehen. Oh, das war gemein. Oh nein, den darf ich jetzt nicht aufsammeln. Der muss Magik dafür erst aufsammeln, nachdem ich den Endgegner geschafft habe. Ich hoffe mal, dass es nicht Mami ist. Nee, es ist... Oh nein. Ich weiß schon, wie ein Endgegner das ist. Was soll denn die Bomben jetzt alle hier? Bestimmt, ich hätte das hier viele Quays nicht einsammeln sollen. Mist. Na, egal. Ich kann ihn jetzt nicht mehr rückwirkend machen. Psychfremd. Yay, geil. So, zum Beispiel das eine Item. Also das eine... Weiße Herz da. So, komm schon, komm schon, komm schon. Und springen hier rein. Letztes Level. Wir sitzen an der Kiste fest. Oh nein, wo ist denn jetzt dieser Geist? Hallo, Geist. Willst du mal bitte auftauchen? Danke. Okay. Wo, 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 wo. Was sind wir hier für... Wesen? Ach, Mensch. Jetzt schon alle besiegt? Na toll. Oh, ich hasse Spinnen. Wo geht's hier hin? Äh, ja. Ist hier vielleicht ein Herz für mich drin? Nein, ist nicht. Scheiße. Ich bräuchte mal einen langsam, aber sicher eins. Okay. Okay, warte mal. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Schlüssel. Okay, warte mal. Hier ist, glaube ich, ein Gang. Okay, dann halt nichts für mich. So, komm schon. Du kannst auch sterben gehen. Ich bin richtig, das weiß ich, aber... Nicht lecken. Hör auf zu lecken. Spiel. Danke. Mann, 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 Mann. Ich möchte wissen, was in diesem Raum hier ist. Ach, nö. Okay. Irgendwo ist noch einer. Na toll. Death, okay. Was ist eigentlich hier in diesem Raum? Oh, ich hasse Stacheln, die immer wieder hoch und runter gehen. Geh ich denn lang, bitte? Ach, zum Itemraum gehe ich. Okay. Ach, toll. Ich wollte aber nicht in dem Itemraum kämpfen eigentlich. Ich wollte was einkaufen gehen. 50% aufbringen, aber auch nix. Warte mal, kann ich die nicht bomben? Oh, hoho. Okay. Oh, komm schon, geh runter. Danke. So. Wo sind wir, was soll ich denn jetzt hin eigentlich? So, Moment, Moment, Moment. Jetzt muss ich echt mal liegen. So, ich mach's natürlich hier grad aus, ne? Du bist auf, was ich keine Stacheln erwische. Okay, da kommt die Stacheln erwischen. Okay, da kommt eine Münze rein. Ist auch wieder so ein Gegnerraum. Nee, ist es nicht. Ich möchte gerne von dir Herzen haben. Hallo, ich möchte gerne noch mehr Herzen. Oh, dieser Automat hier. Ich mach auch nie was, wenn man ihn sagt. Komm schon. Ich wollte keine Bombe, ich wollte auch keine Münze. Ich wollte ein Herz haben. Okay, er gibt mir kein Herz anscheinend. Hallo? Okay, dann lass es gut sein. So, zwei, nervt's mich. So, erledigt. Warte mal. Er hat mir doch noch eine Bombe gegeben. Dann kann ich jetzt hier bomben. Yay! Nein, warte mal. Okay, warte mal. Nein, du Trottel. Ernst, jetzt hier? Ach, Mensch. Na, egal. Dann kommt jetzt die andere Bombe. Andere hat halt nichts zu bomben. So. Wo sind wir denn eigentlich der Endgegner hier? Oh, Hilfe. Ah, hier. Ich hab noch eine Bombe gekriegt. Warte. So, Vorsicht, stacheln. Um Gottes Willen. So, was ist denn diese eine Kiste noch drin? Hoffentlich war es gescheits. Nein, nicht wirklich. Gut, dann halt eben nicht. Nein, ich renne da nicht rein. So, was haben wir jetzt da für eine Endgegner? Wahrscheinlich Mami. Ja, ich wusste es. So, wir wirken gleich mal die Death. Isaac! Okay, was soll das schon wieder sein? Ist das auch wieder so ein Challenge-Raum? So, das haben wir geschafft. Yay! Herr Verhart. Na, toll. Herr Verhart liegt auch wieder so grauenvoll. Ja, gut. Dann müssen wir wahrscheinlich... Keine Ahnung, was ich in dem nächsten Video machen werde. Vielleicht wieder eine Challenge. Je nachdem. Ich hoffe, euch hat der Part soweit gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Also bis dahin. Ciao, ciao.